Ich mach Damage, ich mach Damage. Und ich tut die Ads. Fuck, kann ich nicht mehr. Ja, aber er kann. Derzeit schnell. Schnell, Jungs. Ja! Ja, down, Alter, sauber. Weiß! Oh mein Gott, Alter. Ey, ey. Vorne, wie gelass ich uns, ne? Ey, vorne, Black, äh, Black, ne? Ist aber jetzt stabil, oder? Ja, es lag eben hauptsächlich nicht an meinem Internet, hauptsächlich. Das hab ich nur vorsichtshalber mal neu gestartet. Weil, das war definitiv mal wieder Bungie selber, nicht ich. Ich bin doch die Spiegeflöte. Also ich, ich, ich... Ich bin schon so froh, wenn im November die Playstation 5 kommt. Die hol ich nämlich. Wahrscheinlich. Ich schon, Alter. Ich hol mir die Pro. Ja, das sehe ich einfach mal. Ja, kannst schon mal bereit machen. Jo, ich geh rein. Die wird wahrscheinlich 650 passen, aber die hol ich nicht. Ich stehe nicht einfach mal mit der Playstation drauf. Sorry, wenn ich die. Ich stehe jetzt zuhause. Ich stehe auch mit der Playstation. Jetzt fahren wir auch los, dann? Ich bin schon mal bereit. Ja, aber die davon ist ja nicht. Ich schieße die Kranne hin. Ich schieße die Kranne hin. Kannst mich freuen. Ja, ja. Na, 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 na. Also wir haben jetzt das so gemacht, äh, Nico, es haben gesagt, dass, äh, ich die Zykloben hole. Dass ihr euch wirklich auf die Ads, äh, konzentrieren könnt. Auch beim rauskommen, weißt du, dass er so schnell ungewichtigt, äh, dass du ihn reinkommst. Alter, das ist Mühe, dem ich überhaupt passiert. Weißt du, das hab ich mal reingedankt. Da sind schon drei Äcken auf. Ja. Ja. Das ist schon recht. Aber legt es nochmal alle Schäden auf. Ja, mach ich. Ich hol die jetzt. Ja, super. So, wenn du den Glück hast, kannst du ihn ganz praktisch anleiten. Ja. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Oh, nice. Objekt 3. Ich weiß, ob er so auf 6 ist. Äh, schieß den nur auf, Rage. Ich weiß schon nicht. Totes ist nicht mehr. Ich gucke mal. Einer will sich auch kommen. Ja. Hört mich holen. Jawoll. Ah, warte. Kommt noch Schild-Ads. Äh, links. Links, Rage. Schieß. Links sie kriege ich. Links sie kriege ich die Ad. Okay, geht über. Äh, rechts ist jetzt ein Blutpunkt. Ja, habe ich. Achtung, links auch. Achtung, links auch. Achtung, Achtung. Ah, habe ich. Wir fahren auf. Ne, Kashi ist an. Rechts. Hä, links auch. Ne, es gibt nicht mehr. Alles. Wir fahren hier hin. Wir fahren hier hin. Ey, cool, wenn du oben sprummst. Warum hast du hier hin? Ne. Ja. Jetzt bauen wir links auf. Oh Gott, er hat das Schöpfen. Was bin ich hier noch? Ich bin vertraut, weil ich die Schilde Ist es soweit, Rage? Ja, ja, ist er Hab ich doch gesagt Oh, fuck ja Ja, deswegen hat er dann gesagt, ob du mich rauslässt Ich stelle, wir sind offen Schuss nachladen, vergessen Jetzt sind wir fertig, kam der Dude schon? Ähm, Niklas, du stehst an den Brunnen Geht schneller Okay Ja, ich schieße an Ja, vier getroffen Ja, fünfmal Äh, ich konnte diesmal nur drei, weil ich auch, also am Anfang vergesst, aber auch vier nach Dann Obwohl er es vorher noch gesagt hat Wir machen die Mitte, schnell, jetzt Äh, ja, ich schieße links an Ich geh links nach vorne und stell dich schon mal nach rechts Oder wir machen die Mitte Oder wir machen die Mitte, ich schieße den Brunnen Ja, nice effect Oh, ich schieße den Brunnen Ich bin da Oh, ich bin da 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 Tür, wir sind komplett auseinander. Komplett. Freut mich. Oberheiligen Modes. Mal schauen, ob Bungie geht, oder nicht? Ja. Ah, sie sind ja hin, Alter. Zauber. Ich schenke die Modes. Ich kriege es noch. Zeig. Ich hab alle gefischt. Sext. Alles. Soll ich dann auch rausfallen? Ja, die erste Schilder jetzt. Oh, ich hab die Schilder. Die nächste Schilder macht die Schilder da. Oh, ja. Ja. Spawnst du jetzt unten. Dann hast du ganz, ganz viele Modes hier rum. Pass auf, bleibt so gut. Boah, gerade dann hat sich zwei jetzt gekriegt. Hoho. Jo, drei Modes bekommen. Auffahren, auffahren. Schieß an. So, ganz schnell rüber. Ich steh da. Schnell nicht. Holt mich. Da ist der Plot. Rechts ist noch ein Schilder. Ja. Ich hol ihn raus. Ja, raus holen. Ich muss eh die andere Seite rein. Der Plot geht weg vor einem blauen Blick. Okay, Niklas, dann gehst du rechts rüber. Ah, ne. Was ist denn der Schilder? Scheiße. Aber links kann sich keiner mehr auffahren rein. So richtig kann man trotzdem rechts rüber gehen. Stimmt. Ja, das ist recht. Ja, okay, recht. Okay, Niklas, können wir links auch bauen? Okay. Da steht da unten. Alter, das Ätzendste ist, wenn du die Harfin hast, Alter. Und die gehen durch die Gegend. Die gehen nach Ende. Wo springst du hoch? Ich muss nicht weit davor, du musst einfach nicht zu hoch. Ja, das war der Scheißkasten. Ja, upstream kommt raus. Ja, hab ich. Und rechts. So, ab rechts. Ach, da ganz hinten ist der Dings, Alter. Wir bauen dann direkt auf. Ja, mach. Warte, ich muss jetzt auch noch die Ex-Belle. Oh, schieße. Kann ich dich holen. Kann ich dann mit den Dings und schieße. Oh, ich muss noch einige Modes. Oh, ja, ich muss noch mal die Dings und schieße. Oh, das ist okay. Oh, nein, der Champion ist schon da, Alter. Äh, schieß mich raus. Ja. Jetzt fahren wir ein bisschen langsam, Alter. Äh, der rechte hat geflogen. Nein! Ich war gegen die Hydra alleine. Der hat nicht geflogen. Okay. Hat er genommen, der ist weg. Ich hole die Strecke Lipsy. Okay. Okay. Machen wir. Ich bin vorne, ja. Da ist noch ein Schild, Ed. Rechts. Und vorne. Okay. Für uns. So. Du musst schicken, ja. Okay. Ich stelle den Brunnen. Das stimmt nicht. Ach. Oh, verdammt. Ach, Frau Verkommt. Vier. Zehn. Ach, mach, trägt. Oh, das ist der fünfte Schuss kann man sich mal hiten. Den. Hab vier Stück gehittet. So, wollen wir die Platte direkt wiederholen? Gleich. Ja, macht ihr zwei. Ich stelle mich schon mal links hin und schieße alle. Nee, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur links, wir brauchen nur links. Schieß an, ich geh nach vorne. Schlipp nach vorne. Und wenn wir nach links gehen, schießt wir irgendwann nach vorne. Nicht stehen, nein. Oh Mist. Ah, die sind aber nicht so weit auseinander. Schwer der Munde, wenn wir mal drüber. Ich geh rüber. Oh Gott. Ich hab ein Zecklo. Kannst du... Ulti setzen? Ulti? Ja. Ja. Wir haben es heute auch live, oder? Ja. Wir bauen dann links auch, ne? Schießt. Ja, schießt. Ich könnte mich freuen. Ja, ich bin so 69 gespawnt, aber ich habe es heute nicht gesehen. Aber die könnten mir auch so langsam noch mal heavy gehen. Ach, wie gesagt, gefahren. Was? Da ist... Ich schießt die Schilder auch, dann... Ja, ja, ja. Die Schilder so... So, wie fand ich. Aber was hat mich dann direkt rausgeholt, ne? Mhm. Ey vorne, ich frag nach Muni, alter. Ja, auf einmal bin ich fast wieder full mit heavy... Die hören, ich hab's. Die hören, ich hab's. Die hören, ich hab's. Ach, ey, ey, ey. Manchmal ja. Ich schieß mal den Cube an. Ja. Er rot, oder? Ja, warte... Ja, warte, ich mach lieber aus. Weil das sind so viele Schilder. Und wer die so weit kann ich holen. Und schießt du ihn raus? Ja, ja, ja. Ja, ich schieß mich da hinten rein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ah, links hat sie kurz noch. Ah, schnell bauen hier. Ganz schnell. Ja. Ja, kann ich mich doch rausführen. Oh, hier fällig sein. Aber der... Aber der Damage ist ganz schön gut. Wollt ihr mich raus? Ja. Ja, das war ein bisschen schlafen. Jetzt sind wieder die Ballen. Ich steine mir jetzt in drinnen. Ja, mach gut. Ja, ich würde sagen, die Bonn jetzt aber keine Platz mehr haben. Ja, ich erst noch drinnen. Ja, später. Nach der Damage-Phase. Ist der schon wieder soweit? Ja, ja. Ja, ja. Das letzte Mal jetzt drinnen. Ja, ne, ich merke das gerade in den Champion. Die könnten rausfallen. Am besten schnell wie es geht. Wir kommen mit der Scheisschen. Oh, gut, danke. Äh, die Hydro ist die Bomber, ne? Mit einmal noch den Zyklopen töten. Ich sage das nicht. Oh, ja. Auch nicht. Oh, warte, ja. Ich hole ihn. Ich muss schon mal runter. Hab ihn. Schieße jetzt an, ne? Ja, warte. Gebrock. Lecker. Gefahr, ja. Das ist der Grund. Ich hab gereloadet, Alter. Einmal hätte ich nur machen können. Einmal jetzt Ge-Ref-Boat-Failed, Alter. Einmal, mal. Nee, okay, aufbauen. Ja, mach dir zwei, mach dir zu zweit, ich stehe euch nicht im Weg. Das bringt eh nichts. Weil die Planten ja sowieso nicht wieder verschwinden. Egal, egal. Die bauen direkt weiter auf, ne? Ja, ja, weiter auf. Das ist sehr schön. Ja, aber es gibt uns wenigstens mal kurz ein bisschen Luft dabei, um es zu sammeln. So, jetzt müsst ihr mehr mit euren Fähigkeiten machen, ne? Mhm. Jetzt können wir auch nur zum Brunnen stehen, einfach zwischen durch sowieso. So, ich hab die Hydrobürmen. Ich krieg keine Heavy, nicht mal ein Packet. Schon die ganze Zeit nicht. Welche machen rechts, jetzt? Ja, ich hab's angeschossen. Ja, ich weiß. Ich weiß, was ich hier brauche. Ja, wir müssen jetzt extra. Äh, die. Nicht zu kurz. Nicht zu kurz. Oh-oh, rechts auf hat sich einer. Hab ich. Links auf hat sich auch einer. Hab ich. Oh, nice. Das ist so geil, Alter. Wörst du, warum ich die Waffe viel lieber spiele als die Lyon? Weißt du, die Lyon kann einer spielen, weißt du, die Person, die draußen, die jetzt nur abstaubt. Er holt mich. Oh, ich, ich, ich. Oh, ich hab mal wieder ein bisschen Muni, wenn er die Lyon hat. Oh, die sind zu weit auseinander. Ich bin wieder auf der falschen Seite des Flores. Rechts geschillt jetzt. Links, ja, mach erst links, links am Relais. Schieß hier auf, nur aufschießen schnell. Geh, anderes Relais, anderes Relais, anderes Relais. Äh, in einer Zeit da draus holen, ne? Schuss, schuss. Ja, ich hol's raus. Rechts hat sich einer geopfert. Ja, dort hat sich einer geopfert rechts. Rot, rot, rot. Du musst rein, ne? Ja, ja, er geht rein. Ist egal, Jungs, dann spielen wir jetzt gleich auf Risiko, dann müssen jetzt gleich zwei Läufer reingehen. Rechts. Okay, geht über, ich mach die erste. Okay, geht über, ich mach die erste. Okay, geht über, ich mach die erste. Ja, stimmt, vergesse es nochmal. Ja, stimmt, vergesse es nochmal. Das ist so, ja. Ich stelle da alle runtergeschossen, ne? Ich bin jetzt rein. Der hat das Ding hier aufgeschossen. Ich fühle mich da gefahren. Nein, der hat das Ding nicht aufgeschossen. Ich hab doch zweimal geschossen. Jetzt geht über. Eier, der, das ist ja so heftig. Jetzt muss ich mich weilen, ey. Mach du rechts. Mach was. Dann will sich einer aufhören. Ja, rechts darf sich keine aufhören, ne? Sonst ist es vorbei. Ja. Ja. Wir müssen das dann so machen, Rage, wenn dann... Komm ich raus. Okay. Schieß dich schnell. Ja. Wir müssen jetzt 40 Partikel sammeln, einer rechts. Rechte zu Klopfen. Ja, ja. Wenn du einen Brunnen hast... Ja, hab ich. Komm mal hier vorne hin zu mir und setz dich vorne mal bitte in den Brunnen. Weil du dich hier vorne einfach nur stehen brauchst, wie du jetzt. Wir müssen die ganze Zeit nicht losgehen. Was? Nein. Bist du fertig, Niklas? Ja, das... Das war's aber noch nicht, ne? Ich muss da nur rein. Gefallen. Ach der, ich bin tot. Ja, fuck. Ja, das hätte eh nicht funktioniert. Äh, lass mal... Ressi mal und dann lass mal aufbauen. Ich Ressi mal hin und dann lass mal aufbauen. Lass mal aufbauen. Ach, ist doch blau. Ja, schnell. Komm. Blau, schnell. Ja, schnell aufbauen. Boah, ihr macht Damage, ihr macht Damage. Und ich tut die Ads. Ach, fuck, kann ich nicht mehr. Ja, aber er kann. Derzeit schnell. Ja, kann ich ja nicht. Schnell, Jungs. Ja. Ja, down, Alter, sauber. Oh mein Gott, Alter. Ey, Freunde, wie belast ich uns, ne? Ey, Freunde, Black... Weißt du, was jetzt die Schwierigkeit war? Ja, die ist schön, Alter. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ne, äh... Hier, weil wenn jetzt Mr. Morlock rausgekommen wär, ne? Hätten wir jetzt rechts aufmachen müssen und ich hätte rechts nochmal reingemusst, ne? Ja. Ja. Wir hatten jetzt so viel Glück, Alter, was jetzt links war, mit dem Aufmachen. Ja. Alter, der... Ja. Ich hab die Sniper. Oh, die Sniper ist doch gar nicht mal so scheiße. Mit Schnappschuss und... Keine Ablenkung. Ziele mit dieser Waffe... Ja. 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 Ich hab die Sniper. Ne. Ey, come je 여러분. Ich hab die Sniper auf den Schnappen. Die Sniper auf den Schnappen. Ja. Bis zum nächsten Mal.